Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Eine langfristige Finanz- und Vermögensplanung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, das bietet die MLP Finanzberatung SE in Düsseldorf. Von der Vorsorge über Geldanlagen bis hin zum Immobilieninvestment. Geschäftsstellenleiter Olaf Aßmann begleitet seit vielen Jahren erfolgreich Klienten aus der ganzen Region beim Erreichen persönlicher Ziele. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Team entwickelt der Diplomkaufmann maßgeschneiderte Gesamtkonzepte mit Weitblick. Eine vertrauensvolle Gesprächsbasis hat dabei oberste Priorität. Ob Privatpersonen oder Firmenkunden, dank laufender Aus- und Weiterbildung rund ums Thema Finanzen haben die Profis stets das individuell passende Angebot in jeder Lebensphase. Olaf Aßmann – Ihr Kompetenzpartner für eine sichere Zukunft. Untertitelung im NDR 2021 www.s��.f чтобы dauerne shall